ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so sim city 4 und genau wir waren hier beim letzten mal weiter in der hauptstadt zugange haben hier diesen bereich tatsächlich weiter aufgebaut und haben jetzt hier weiteres expansionswachstum von uns und aber allerdings ein kleines nachfrage vor den beiden wohngebieten das heißt die leute kriegen eine steuersenkung direkt mal am anfang der folge ich meine wir können es uns ja noch leisten genau wir können es uns noch leisten da suchen die sims nämlich wieder büros und genau die nachfrage kommt wieder und ich würde vorschlagen eröffnen wir mal hier diese gewerbegebiete in dem wir einfach mal hier so was machen genau damit sie sich hier schön aufbauen da ist die nachfrage wieder sehr gut und ja so ging es dann im prinzip beim letzten mal auch genau so wird die letzten folgen hier schon schon weiter ja genau und dann freue ich mich dass man natürlich mal wieder eingeschaltet habt hierbei ist im city 4 ganz klar wie ihr hier dabei seid das ist wirklich super und da draußen geht immer noch ein feuerwerk feuerwerk ab was ich da auch in der letzten folge schon hatte das war falsch mache ich mache ein kleines stattbald hin und wie gesagt ich feiere das ja feuerwerk ist mega ich liebe feuerwerk so habt ihr vielleicht auch an silvester gesehen als ich da mein kleines feuerwerk der hoffnung hochgeladen habe gut allerdings das jetzt gerade nicht unser thema sondern unser thema ist wie wir jetzt hier weiterkommen so dann würde ich vorschlagen 345 ja dann müssen wir hier durch einmal so weil ich würde gerne auch mal wieder ein bisschen abwechseln rein bringen ziehen wir hier die autobahn noch mal wieder ein stückchen weiter bräuchten eigentlich mal wieder eine auffahrt wartet mal bräuchten eigentlich mal wieder eine auffahrt hier zack zack genau das ding ist halt diese verkehrssysteme sind halt extrem platzfresser da muss man ganz ehrlich sagen weil ihr seht die die auffahrten die ziehen schon platz weg aber gut ist erst mal nicht weiter schlimm so dann würde ich vorschlagen ziehen wir mal weiter und machen mal wartet mal wartet mal schaue ich mal was hier wieder alles entsteht so das ist so gut ist einfach gut wir wollten wir müssen hier weiter ziehen weil bevor wir hier jetzt irgendwann am unteren ende ankommen bald ist das tatsächlich ja müssen wir immer weitermachen genau hier müssen auch noch wohngebete rein machen tatsächlich weil ich vorschlagen machen war das aber hier können wir jetzt wieder schieben den einbahnstraßen trick machen naja das fest einbahnstraße so so dann machen wir es hier wieder so genau die elite uns das gesagt hat machen wir hier eine normale straße zwischen und hier oben auch wobei das kann man eigentlich genau da kann man die sachen ja weg machen so und dann wie gesagt wieder schön hier wohngebiete zack und ja hier geht es leider nicht das sind die vier mal vier dinger hier wegen der monorail aber hey nicht weiter schlimm so dann ziehen wir die straße hier vorne machen hier eine schöne monorail station für euch hier hin so dann seid ihr direkt gut angebunden würde ich sagen dann kriegt ihr eine bus haltestelle und eine u-bahn station und hier hinten auch und hier auch da sprießen sie doch schon wieder und wir brauchen wieder ein krankenhaus ist verständlich ganz klar das ist verständlich wenn die patienten scharen hier durch die neue wohnen ich weiß ja nicht warum die neuen wohngebiete immer direkt alle also die neuen einwohner direkt ins krankenhaus müssen das ist auch komisch aber gut ist halt so okay dann machen wir hier euch ein neues krankenhaus hin wachsen das ist einfach geil wie es wächst heute so hinterher krankenhaus durch das oder 700.000 einwohner meine güte 711.000 714.000 ist das heftig so sims suchen büros 711.000 ist wieder runter gegangen ein bisschen 706.000 703 es geht darunter ach nee 724.000 so da sind wir doch alles klar auf der andrea doria dann machen wir weiter würde ich vorschlagen genau so dann können wir das hier so hin und genau aber wir haben 10 uhr deswegen ist doch gerade wieder meine uhr angegangen aber hey so ach quatsch was mache ich denn ich wollte doch ein 5 5er ding hier machen so nicht den schönen ah verdammt na gut aber dann machen wir das so oh shit äh das das muss leider so damit sie da auch hinkommen das muss leider so Elite ähm es geht manchmal nicht anders das tut mir leid aber ähm also Elite ist derjenige der mir diesen Tipp hier gegeben hat mit den äh 5er Bereichen so genau aber hey es wächst ja trotzdem ne so alles klar immer wieder ein paar Bäumchen hin genau und da haben sie schon hier da kommen sie schon so wie sieht der Verkehr aus äh Verkehr alles grün passt sehr schön ja wobei hier oben ist ein bisschen was droht aber das ist das meiste ist tatsächlich die U-Bahn ne und hier oben dieser Trick mit den äh naja ist jetzt die Frage dieser Trick mit den entgegengesetzten Eibahnstraßen anstatt der Allee wartet mal wo ist denn der Verkehr wie sieht die Luftverschmutzung aus wenig ne wenig Luftverschmutzung generell ist das gerade saugut finde ich mit der Luftverschmutzung also nicht wirklich viel gut wir sind immer noch im Plus 23.000 kriegen wir jeden Monat das ist sehr gut und sims suchen nach wie vor Büros ja die bauen sich ja auch schon nach wie vor auf schaut euch das mal an wie geil das hier wieder aussieht Sampo Japan Insurance Incorporation weil ich glaube nur schaue ich das die Monorail Station auf 580 prozent das wird gut genutzt hier ja finde ich gut und hier kommen sie jetzt auch wieder wieder mehr Gewerbegebiete raus so wir haben einen neuen Einwohnerhöchststand gehabt 726.000 oh was wo an der Koffer Polizist am Flughafen aber ist schon wieder weg ok ist schon wieder weg alles klar oh aber Büros wollen sie nicht haben das ist Müll gibt es nicht Müll haben wir nicht ok das ist gut aber trotzdem ich würde mal gerne den Nachbarschaftshandel angucken und den Müll weiter exportieren tatsächlich weil ihr seht es wir müssen weitermachen wir müssen hier weiter exportieren damit sich hier auch ja keiner beschwert ne so wunderbar das heißt wir brauchen nach wie vor Einwohner aber ich würde gerne mal gucken wie jetzt die Jobs zu den Einwohnern stehen in unserer Hauptstadt weil das muss sich ja die Waage halten und wir haben mehr Einwohner als Jobs tatsächlich ok das heißt wow wir sind schon gut fortgeschritten muss ich sagen hier mit unserer unserer City finde ich gut aber das heißt wir können hier weiter Jobs bauen das ist nämlich schon mal eine gute Maßnahme Jobs sind immer gut gut so hier direkt drei hier direkt drei Ach wie geil wie geil Freude und dann auch noch solche stylische Teile herrlich so das ist herrlich so ähm ja der Verkehrswert geht runter der Umweltwert geht runter wow So, 3x Stage 15 Chelsea Tower. Finde ich gut. Oh, schau dich das an. Das ist einfach geil. Ah, herrlich. So, dann machen wir euch noch ein paar Plaza's hier hin. Damit ihr hier auch schönen Erholungsfaktor habt. Aber ich glaube, das ist schon die maximale Ausbaustufe hier. Okay. Weltwert geht wieder hoch, ne? Ja, bitte geh hoch um Welt. Ja, Verkehr, ich sprich es auch wieder nach rechts. Finde ich gut. Verkehrswert, ja, Landwert auch. Verkehr ist nach wie vor in der Mitte. Das ist okay, wenn man sich die Größe dieser Stadt anschaut. Verkehr, Verkehr, Verkehr. Wo ist denn hier der Hauptverkehrspunkt? Das hier geht tatsächlich. Der Hauptknotenpunkt ist tatsächlich hier vorne, das. Na, ich würde mir gerne mal überlegen, kriegen wir das irgendwie... Ne, hier nutzen wir schon Einbahnstraßen. So. Aber... Ja. Freunde, das passt schon, würde ich vorstellen. Aber das passt schon. Autobahn weiter runterziehen. So, Mediziner reagieren allergisch. Das ist blöd, dass die immer streiten müssen, die Mediziner. Mensch, Mensch, Mensch. Aber hier kann man ja verstehen, wenn man in so einer riesigen Stadt arbeitet, ne? So, dann können wir hier die Monorail drüber ziehen. Jawohl. Wunderbar. Dann hier weitere... Ja, weitere Wohngebiete. Einbahnstraßen-Trick. So, ähm... Da haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wobei, ich hätte gerne, ähm... Eine Auffahrt hier. Hier hätte ich gerne eine Auffahrt. Verdammt. Verdammt. So, jetzt aber. Ja. Wunderbar. Ähm... Aber dass ich mit der Einbahnstraße verbinden möchte... Was? Das... Ja, okay. Dass er das nicht mit der Einbahnstraße verbinden möchte. Das finde ich ein bisschen doof. Aber wartet mal vielleicht. Dann so. Ah, okay, ich hab's. Okay. Dann machen wir es mal so. Und dann verbinden wir das so. Ha! Wunderbar. So, alles klar. Dann haben wir wieder hier unsere... schöne Einbahnstraße-Technik. So. Jawohl. Dann können wir hier auch direkt, äh... weitere Wohngebiete schön reinmachen. Die haben zwar dann keinen Monorail-Anschluss, aber Bus und U-Bahn, das muss doch auch reichen. Die Bushalte stellt sich ja auch mit der Autobahn verbunden. Das ist auch so geil. Ah, okay. Dann... Kriegt ihr eine U-Bahn-Anwendung. So. Dann... Kriegt ihr hier... eure Parks hinter. Sehr gut. Zack, 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 zack. Und komplett einmauern mit einem Stadtwald. Alles klar hier. So. Ihr könnt dazu ziehen. Oh, Bandagen-Blues. Schon wieder. Da oben wieder. Ihr habt doch ein Krankenhaus hier unten. Was ist ja mit euch los? Ja... Okay. Ähm... Wenn das so ist, dann machen wir euch am besten noch mal... Musgrave Tower. Freie Grünfläche. Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Ähm... Ihr braucht mehr Unterstützung hier oben. Das heißt, ich mache euch einfach... noch mehr Ärzteschen drin hier hin. Auch wenn es kleine sind. Aber die helfen ja auch. Ne? So. Einmal so, einmal so. Wie viel habt ihr denn so viel? Gar nicht mal so viel. Okay, es geht runter. 2,24. 2,27. So, dann machen wir Trick 17. Reißen das Krankenhaus ab. Und stellen es wieder auf. Dann verteilen sich die Patienten nämlich neu. Oder gucken wir mal. Wir müssen sich... Ja, seht ihr? Wir sind unter 4,000. Äh, shit. Oder auch nicht. 4,093. Ja, es ist dasselbe. Aber die streiken halt nicht. Ne? Das ist da der Unterschied. Und ihr hier seid ja auch voll. Ihr seid auch... Oh, um Himmels Willen, ey. Warum müssen die Leute ständig ins Krankenhaus? Mensch, Leute. Könnt ihr nicht irgendwie... Keine Ahnung. Besser auf eure Gesundheit achten? Das ist ja wohl nicht fair. Warum wollte ich halt doch Krankenhaus hier hin? Ah, hier schöne Wälder hinter. Schön auf dem Berg, ne? Das Krankenhaus ist cool. Der Bergdoktor. Höh, witzig. Ne, der war nicht lustig. Der war nicht witzig. So, ähm... Dann hier vorne würde... Hätte ich es gerne jetzt mal wieder ein bisschen ebenerdiger. Aber das will er scheinbar nicht, ne? Das wollen sie scheinbar nicht, dass es hier ebenerdig würde. Hm. Ja, wobei, wir waren ja eben hier unten am Weiterbauen. Ja, stimmt. Wir müssen einfach die Lücke hier füllen. Okay. Ähm... Stimmt. Wir waren ja hier am Weiterbauen. Warum macht ihr denn nichts hier? Mach's einfach so. So, da kommt ihr doch schon. Ja, dann kommt ihr. Sehr gut. Alles klar hier. So, ähm... Ziehen wir hier hinten die Straßen? Ja, würde ich vorschlagen. So. Äh, alles klar. Dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Jawohl. Oh, was habe ich jetzt... Äh... War das jetzt gerade ein Einbahnstraßenfehler? Tatsächlich. Verdammt. Hm, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Moment. Das will ich bitte zurückhaben hier. Boah, das ist eine ganz schön lange Straße, ne? Oh, shit. Das ist, äh, falsch rum. Das ist falsch rum. Wir müssen... Wow. Wir müssen diese Einbahnstraße bitte hier... Nein, jetzt hört doch auf. Wow. Ähm... So rum. Genau. Und dann müssen wir es jetzt irgendwie... ...hier mit verbinden können. Wenn ich das verbinde... ...da macht er das so rum. Das ist ein bisschen kacke. Ja. Hm. Ja, dann mach es so. Komm. Machen wir jetzt hier einmal halt... ...zweimal so. Dann kriegen wir jetzt hier hinten halt einmal... ...einmal so rum. Genau. Passt auch. Ist jetzt okay. Kommt. Ähm, ist okay. So, dann. Ach, hier habe ich jetzt wieder nur 4x4, ne? Äh. Verdammt. Egal, aber manchmal ist das halt platzmäßig... ...wie gesagt, nicht zu machen. Muss halt möglichst platzsparend sein hier. So. Dann kriegt ihr noch eine... ...Monorail Station. Zwei demnander. Das ist auch geil, ne? Aber hey. Das sollte doch passen. Da haben wir hier oben mit... ...verbinden. Und dann könnt ihr eigentlich einziehen. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Warum ihr hier nicht hin wollt. Da kommen sie doch schon. Sehr gut. Äh, okay. Wälder, Wälder, Wälder. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt. Hier der SimCity 4. Let's Play. Mir gefällt es nach wie vor sehr. Ähm. Ja, einfach, weil es halt, ja... ...so viel Anklang findet. Und weil es halt auch extrem Spaß macht, ne? Muss man ja... ...muss ich hier ganz ehrlich mal so sagen. So. Äh, das haben wir hier schön abgedichtet. Ja, das passt soweit. Und ich würde auch vorschlagen, diese Autobahnen jetzt hier. Wir brauchen keine... Oder doch, brauchen wir zwei Autobahnen? Ich weiß es nicht. Äh, warum zieht ihr da nicht großartig zu? Braucht ihr Schule? Nö, ihr habt Schulbildung. Ihr habt ein Krankenhaus. Ihr habt eine... Ah! Ihr braucht eine Feuerwehr. So sieht's aus. Ja, okay. Dann... Wo stellen wir die denn hin? Mach mal hier hin. So. Und eine Polizei braucht ihr vielleicht auch noch, ne? Nur die Polizei habt ihr. Okay. Aber die Frage ist... Ah, hier vorne? Ach, da habt ihr doch eine Feuerwehr. Was mache ich denn? Ihr habt da schon eine Feuerwehr, dann müsst ihr doch reichen. Ja, wobei... Der Radius ist nicht gerade groß, ne? Gut, komm, dann macht ihr hier so hin. So. Manchmal brauchen sie auch einfach ein bisschen. Und was ist mit euch los? Warum seid ihr... Verkehrsgeräusche ist trotzdem hoch? Langen Pendelverkehr. Okay, ihr braucht Jobs. Aha. Ihr braucht neue Jobs. Ja, dann geben wir euch die. Dann geben wir euch die doch. Dann machen eine Allee und dann kommen wir hier die Jobs hin. So. Gut, dann. Immer so. Und hier einmal so. Genau. Ja, ja. Ihr braucht wieder Unfälle da. So. Kriegt ihr hier eure Jobs. So, verdammt. Wow. Zehnmal das gleiche Gebäude. Ist auch cool. So. Aber eine Mono-Rail-Station habt ihr hier, ja. Habt ihr auf beiden Seiten. Okay. Hier, zack, zack. Wie gesagt. Alleen oder doppelspurige Einbahnstraßen? Das ist jetzt die Frage. Was hier... Oh. Wasser. 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 Uh. Was? Ah. Deswegen. Ja. Okay. Dann ist es kein Wunder, dass die da nicht hinziehen, ne? Wenn sie da keine Wasserverbindung... Wasserversorgung haben, ja. Okay. Aber jetzt habt ihr eine Wasserversorgung. Und ihr könnt eigentlich... hinziehen hier. So. So. Ja. Und schon kommen sie. Das ist doch gut. Okay. Wenn man direkt weiß, woran es liegt, ist das doch super. So. 740.000 Einwohner. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Oh nein. Okay. Ich dachte... Alles klar. Wow. Okay. Und ihr hier? Was ist jetzt mit euch wieder los? Ah. Okay. Es ist funktioniert wieder. Wunderbar. Okay. Müllgering. Verschmutzung hoch. Oh. Das ist nicht gut. Verschmutzung hoch. Das heißt, ihr braucht noch mal ein paar Bäumchen hier, ne? So. Zack, 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 zack. Bisschen hier auch. Da kommen sie nämlich auch direkt wieder, ne? Wenn wir den schönen Bäume-Trick hier anwenden. Ja, wobei, wir können eigentlich den Bäume-Trick mal auf die ganze Stadt anwenden. Und mal gucken, was der so befügt. Schau durch das ab hier. Ich meine, wir haben ja eben gespeichert. Bäume, Bäume, Bäume. So. Hört euch das an. So, da kommen sie schon. Sehr cool, ey. So, das wird jetzt ein schönes Experiment. Machen wir den Bäume-Trick. Auf die ganze Stadt. So. Ja. Und ihr seht, da werden die Flächen schon besser genutzt. Bäume, Bäume, Bäume. Du müsst jetzt eigentlich auch gleich der Umweltwert wieder nach oben sprießen. So, Bäume, 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 Bäume. Auch wenn ich da jetzt riskiere, dass wir bestehende Strukturen tatsächlich verändern. Aber schau dir das an. So. Du müsst jetzt eigentlich der Umweltwert nach oben sprießen. Aber das tut er nicht. Boah. Neuer Boost hier für die Stadt. Oh Gott. So. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was der Bäume-Trick alles bewirkt, ne? Unfassbar. Unbeschreiblich. Wow. Okay. Wie sieht aber die Nachfrage? Oh. Shit. Die Nachfrage. Ja, wobei. Warum? Die sind arbeitslos. Warum? Nein, seid nicht arbeitslos. Es gibt genug Jobs hier für euch. Ja, wobei. Nachfrage kommt wieder ein bisschen. 795.000 Einwohner. Das ist nicht... Das ist super, ey. Als Höchstwert. Ja, 813.000. Yo. Ja, und das hat sich eingeringt. Schau dir das an. Oder? Ja, es hat sich eingeringt. Guck euch das an. Auch wenn das hier jetzt da oben so ein bisschen... Bisschen dreckig ist. Ja, schon zum Mittel. Ja. Okay, aber ich meine, das kann man nicht komplett verhindern. Die hier auch. Oh, sogar nur einen. Einen von drei. Ja, was können wir da machen? Ich meine... Ach, da ist ja ein Geschenkchen. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir aus dem Geschenkchen hier einen großen Wald machen. Einfach. So, ähm... Ach, Quatsch. Was mache ich denn da? Nein! Nicht wieder das falsche Gebäude hier weg machen. So. Einfach einen Stadtwald rein hier. Ja. Einfach schön hier den Bäume-Trick und den Stadtwald. Ah. Das wollt ihr doch haben hier. Ja. Seht ihr das? Schon sind sie wieder okay. Ja, so einfach geht das, ne? 803.000 Einwohner. Ist klar. So. Was ist hier mit euch wieder? Genau dasselbe. Genau dasselbe Spielchen. Ihr seid arbeitslos erst mal. Ja, warten wir mal ab, wo ihr jetzt eure Arbeit sucht. Pendler 0. Hä? Ah, jetzt. Okay. Jetzt haben sie ihren Job gefunden. Ganz hier unten. Okay, wow. Ich glaube, wir brauchen ja Gewerbegebiete, oder? Brauchen wir tatsächlich mehr Jobs? Wir müssen also aber echt aufpassen mit dem Gleichgewicht der Stadt, ne? Ähm, tatsächlich. Um Himmels Willen, wir brauchen viel mehr Jobs. Viel, viel, viel mehr Jobs. Okay. Aber ich sehe gerade, wir haben schon Minute 28. Aber wir können hier vorne, warte mal, können hier vorne noch ganz schnell Gewerbegebiete hinmachen. Äh, so, einfach, einfach, einfach mal schnell hier geklatscht. So, dann machen wir noch Bushaltestelle und U-Bahn an beide Seiten. So, und so. Und jetzt brauchen sie wieder einen Unfall. Mein Gott, wer hat euch den Führerschein gegeben? Also wirklich, wer hat euch den Führerschein gegeben? So. Kranker Busfahrer. Ja, das passt ja. Der kranke Busfahrer. So, Freunde. Ähm, gut. Oh, Mann. Kannst mich auch noch darum kümmern. Da streiken sie nämlich schon wieder die Ärzte. Ach, Leute, ist doch mal gut jetzt. So. Dann ist das halt, wow. Dann ist das unsere letzte Aktion. Wir gucken jetzt nochmal, ähm, hier schon wieder. Ich reiße gleich ein Gebäude ab und setze euch dann noch eine Arztboxes hin. Machen wir einfach so. Komm, muss jetzt reichen. 833.000 Einwohner. Ja, wie gesagt, also das ist schon. Schon recht ordentlich. So, man hört hier auf zu streiken. Selbst die neue Praxis ist voll. Könnt ihr mal aufhören? Ich habe euch ein zweites Krankenhaus hier hingestellt. Mein Gott. Hier hinten sind auch noch welche. Dann reiße ich das jetzt ab. Dann reiße ich das ab und mache wieder ein neues hin. Beschweren die sich da weiter? Das gibt es ja nicht. So. Meine Güte. So, aber jetzt aber. Oh, okay. Da kommt wieder was Neues. Alles klar, liebe Freunde. Da würde ich einfach mal sagen, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Dann würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Mal bei den Nachtgarten hier. Und, ja. Wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord. Da würde ich mich freuen, euch da zu sehen. Und, ja. Wie es hier da weitergeht mit dem Bau der Hauptstadt, sehen wir da mal am nächsten Mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, würde ich euch schon schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.